Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen, SUV-Platz. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und vieles mehr. Der Allraddiesel überträgt eine satte Leistung von 200 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.